So, da sind wir wieder im Stadion. Wir freuen uns auf das Spiel. Begrüßen Sie ganz herzlich, Manni Breugmann und Frank Buschmann. Und herrliche Stimmung hier und da freue ich mich natürlich an der Seite von Manni, dieses Spiel begleiten zu dürfen. Ein phänomenal erfolgreiches Jahr von diesem Spieler bislang. Über 40 Treffer konnte er erzielen. Er macht seinen Job und er macht ihn besser als die meisten anderen. Und dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Jetzt startet er durch. Das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bringt. Oh, ein Tor, ein Tor, ein Tor! Und der FC Barcelona liegt vorne. Guter Pass. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Ein toller Pass. Jetzt klappt er nicht. Dani Alves. Xabi. Sicher in der Ballbahn. Schuss und... Westring! Der trifft ja nun wirklich nicht auf. Aber das hat er hier super gemacht, Busch. Ja, und normalerweise soll er da hinten aufpassen, dass nichts passiert. Jetzt ist was passiert. Aber in der Hälfte ist nicht. So sieht ein Pass aus. Der Busch ist wirklich... Der Busch ist wirklich... Für Barcelona. Das sieht nach einem Sieg aus. Und das sieht vor allem Manni nach Selbstverständlichkeit aus, wie sie jetzt das Spiel und den Gegner beherrschen. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Er schwankt und schwankt, aber er will nicht fallen. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und der kommt genau an. Da freut sich der Trainer. Guck mal hin! Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Ein wunderschönes Zuspiel. Souverän geklärt. Am Ende steht ein deutlicher Sieg. Der Schiedsrichter hat abgefiffen. Schlussresultat 3 zu 0. Da muss der Verlierer eine lange...